Wir fahren heute in eine große Stadt. Den Namen werde ich aber nicht verraten, weil ich ein kleines Rätsel daraus machen werde. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen und dann könnt ihr mal raten, wo wir dann sind. Jetzt geht es erstmal auf die Autobahn. Noch sind wir an der Tankstelle. Und meine Schwester ist auch mal wieder dabei. Und so machen wir das. Und ich bin echt angeschlagen. Ich habe Schnupfen und sowas. Ja, ihr seht gar nicht gut, der arme kleine Maus. Ja, und die Kinder sind schon meine Oma und der Kleine, der hatte so Fieber gehabt und hat uns heute morgen schon wieder ganz früh aus dem Bett geschmissen. Die Nacht hat er auch nicht wirklich richtig gut geschlafen. Aber so ist das halt, Kinder. Da muss ich ja nicht viel zu sagen. Ja, gut. Ich bzw. wir fahren auf die Autobahn und dann denke ich mal, sehen wir uns vielleicht an der Raststätte noch mal ganz kurz. Ansonsten in der großen, großen Stadt. Bis dann. So, nach langem Hin und Her sind wir jetzt endlich in der großen Stadt. Und ja, bis man hier einen Parkplatz gefunden hat, das dauert ja Ewigkeiten. Aber naja, jetzt sind wir da und jetzt können wir in die Stadt gehen. Bis gleich. So, mal sehen, ob jemand errettet, wo wir hier sind. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Ich hab mir auch was gekauft. Na ja, hier sind wir auch später. Das ist ganz schön. Amen. 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 So, wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg und für alle, die dies noch nicht wussten, wir waren in Frankfurt, vielleicht hat es der ein oder andere ja schon gesehen. Ja, ich konnte jetzt nicht so viel filmen, weil das Wetter echt doof war und zu viele Leute in den Geschäften waren, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was sehen. Und ich genehmige mir jetzt hier einen Wiener Kaffee von Wackers Kaffee. Ja, das steht stets frisch geröstet. Also, wenn ihr mal in Frankfurt seid, dann geht zu Wackers Kaffee und trinkt einen wieder einen Kaffee. Also, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.